So, so YouTube, es ist geschafft, ich habe 173 Dinger hier abgeliefert, es war eine harte Jagd, die beiden Lager haben zugemacht, das letzte war offen und da haben wir uns dann, ähm, ja, hinbegeben und doch geschafft, noch das ein oder andere Ding abzugeben. Mir geht es ja gar nicht ums Gewinnen, nicht, von daher ist für mich das Ding abgeschlossen, 2 Minuten 27, aber wir haben die Aufgabe geschafft, die damit zusammenhing, ähm, das war das Wichtige und wir können jetzt da mit dem Jäger reden, ich würde sagen, das machen wir, da gehen wir also hin und ich sag mal, Prost! Oder kann ich hier im Gebiet bleiben und da vergleiche ich das Ergebnis? Wäre auch nicht schlecht, wir können ja mal ein paar Hirsche jagen, die haben doch sicher auch Ressourcen, um zu kochen, kann das sein, weil wir haben doch gar nicht gekocht in dem Spiel. Nee, die haben gar nichts, ne? Okay, vielleicht gibt es ja auch eine Hirschjagd oder sowas manchmal. Ah, hier sind auch noch Wölfe. Na, der ist aber hartnäckig. Dann gehen wir die beiden auch noch ab. Jetzt will ich es wissen. Ja, verdammt. Okay, also die letzte Zeit bleibt bis zum Ende offen. So, 178. Ist doch gar nicht so schlecht. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich 20 oder so abgegeben. Und jetzt, 18 Sekunden. Und hier haben wir auch noch irgendwas. Okay, warten wir. Jawoll. Okay. Wie habe ich mich abgeschnitten? Oh, ja. 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 Belohnung. Finale Platzierung. Wir waren 38. Okay. Exzellenten. Jäger würdig sind. 12.000 Gold. Oder so. Aber was ist das hier? Herzen. Kann ich mit leben. Top 50. So. Damit haben wir die Wolfsjagd auch abgeschlossen. Und das Kapitel damit. Jetzt müssen wir nochmal mit dem Jäger da sprechen. Und dann haben wir glaube ich das komplette zweite Kapitel beendet. Und können mit unserem neuen Helpie. Oder wie das Ammo-Treu oder wie das heißt. Dann in die dritte Story Geschichte übergehen. Das ist doch wunderbar. Und ja ich weiß man kann auch Schnellreise nutzen. Aber ich reise lieber immer manuell. Schnellreise nur wirklich wenn das irgendwie schnell gehen muss. Oder doch so unendlich weit weg ist. Aber die paar Meter hier. Die laufe ich lieber zu Fuß. Nicht wahr? Wartet. Nee. Erst zum Jäger. Ich werde das jetzt mit dem Jäger abschließen. Aber die aufgerüsteten Sachen haben sich auf jeden Fall bemerkbar gemacht bei der Wolfsjagd. Beim ersten Mal bin ich immer gestorben. Da habe ich gerade mal mit Mühe und Not 20 Wolfsschwänze geschafft. So erzähl mir. Okay seltsames Gefühl. Ein Geist gesehen. Ja ja ja. Geschichte abgeschlossen. Und jetzt sollen wir hier im Gasthaus gucken. Na gut. Wo? Wo soll der Geist sein? Zeig mir den Geist. Irgendwas soll ich hier machen. Wahrscheinlich muss ich nachts hier sein. Kann das sein? Wo wohne? Okay. Sie hat mich erwartet. Sie hat ein Problem. Na gut. Die drei urbanen Legenden von Castleton. Ich bin nicht sicher, wie unsere Inns fit in da sind. Aber die Gäste immer schlägen, dass sie mysteriöse Lachen in einem Raum hören. Aber ich sehe nicht, was das alles ist. Wenn du nicht interessiert, könntest du es in die Frage stellen? Natürlich. Guck mal nach. Oh, danke. Es ist Raum 202. Auf der sehr dritten Seite. Bitte, guck mal. Jetzt können wir da reingehen und gucken. Äh, second floor? Da oben oder was? Aber wie komme ich da hin? Hä? Ah. Nee. Das ist hier hochspringen. Hä? Ähm. Was weißt du über die Sage von Zimmer 202? Ähm. 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 Was weißt du über die Sage von Zimmer 202? Ähm. Was weißt du über die Sage von Zimmer 202? As you can see, I clean mostly on the second floor, moving between all ways and Rooms. Hm. Hm. I don't know. It's just that it's unusually cold when you enter Room 202. We had a guest in Room 202 just yesterday. And no problem. Who was that drunken fellow down there? Okay. Das war jetzt alles. Okay. Hm. Also, im Zimmer ist es kalt. Das ist alles. Oder was? Oder ist das der Gasthof? Nee. Er sagt immer noch hier. Hä? Aber wo soll denn da was sein? Ich komme hier in keinen Raum rein oder so. Es gibt doch auch gar kein 202. Es gibt hier eins. In die Räume komme ich nicht rein. Mit ihr habe ich geredet. Und zwei ist das hier. Hier ist nix. Hä? Verstehe ich nicht. Äh. Okay. Wir gucken mal. Inventar nochmal. Ja, ja. Wir haben neue Sachen bekommen. Schön. Hier können wir auch noch nicht weiter. Kampfpass haben wir wieder irgendwelche Belohnungen bekommen. Kodex haben wir irgendwas gesammelt. Stimmt. Wir haben einen Jägerbrief gesammelt bei der Jagd. Wo ist er? Brief eines Jägers. Irgendwo ist noch nicht abgehakt. Hier. Ja. Notiz eines Jägers. Da fehlen aber noch ein paar. Abenteuer. Wir gucken nochmal. Haben wir. Hier. Das fehlt. Hate der Wolfsjagd. Aber das haben wir doch geschafft. Achso. Belohnung einfordern. Können wir auch machen. Alles klar. Damit haben wir das auch abgeschlossen. Wir sehen. Alles ist abgeschlossen. Und wir können die finale Belohnung einfordern. Vom zweiten Kapitel. Und damit sind wir dann im dritten Kapitel. Okay. Wir müssen die Küstenklippe. Ähm. Das verstreute Ding finden. Das ist unsere Aufgabe. Sehr gut. Das hilft mir aber immer noch nicht weiter. Wo ist denn hier. Nachrichten. Event. Meilensteine. Verwandlungen. Kodex. Wo kann ich denn diese Aufgabe hier. Geistergeschichten aus dem Gasthof. Wie komme ich denn an diese Aufgabe ran. Die ist nicht mehr hier drin. Das Dokument. Ah. Wir müssen mit dem Trunkenbold sprechen. Oh Mann. Okay. Das ist aber nicht der Trunkenbold. Oh. Hier ist noch ein Buch. Ofen. Nachdem du ein Feuer gemacht hast. Kannst du kochen. Oh. Okay. Nur durch Zufall entdeckt. Ah. Kochrezepte. Kochen. Zutaten. Chance auf einen großen Erfolg. Alles klar. Zutaten austauschen. Lege die Menge fest. Alles klar. Wir können aber nichts kochen. Glaube ich. Weil wir noch nicht genug damit dabei haben. Wolfsleisch haben wir. Aber der Rest fehlt uns da. Salz hätten wir noch. Hier. Uns fehlen Zwiebeln. Hier fehlt Öl. Alles klar. Aber noch ein Buch gefunden. Sehr, sehr gut. Aber den Trunkenbold immer noch nicht. Du bist der Bewohner. Du bist auch nur ein Bewohner. Da. Trunkenbold. Kleck auf dem Tisch. Ich bin in der Runde, um ein paar Trinken zu schlafen. Und habe etwas auf dem Tisch. Aber ich versuche, ich habe es nicht getan. Du musst mir glauben. Okay. Jetzt können wir ins Zimmer rein. Oh, das haben sie aber verworben gemacht. Aber klar. Man sollte den Text lesen. Jetzt kann man ins Zimmer. Äh. Ähm. Oder auch nicht. Ja. Wir gehen auf jeden Fall mit dem Kopf durch die Wand, würde ich sagen. Na? Jetzt. Den Blutfleck berühren. Okay. Sind also wirklich Geister. Direkt einen Exorzisten holen. Sie bewegen sich nicht mal. Sie sind bereits tot. Oh, oh. Der Arcanum-Soldat, dem sie vertraut haben, wäre hinter der Tür gewesen, die sie aufgemacht haben. Okay. Schweigeminute für die Hinterbliebenen. Dann wieder runter. Mit uns. So. Mit wem müssen wir jetzt reden? Mit dem Gastwirt. Okay. Okay. Nicht eine Sache, mehrere. Etwas Schreckliches muss passiert sein. Ja. Okay. Okay, weiter. Was? Wir? Okay. Okay. Das war jetzt alles. Wir haben... den Schlüssel fürs erste Zimmer bekommen. Okay. Vielleicht entdecken wir da was. Na? Rein mit uns. Frostfried. Ein Wald-Sämling. Ein Amitoi. Okay. Ein Buch. Okay. Erinnerung an Kapitel 1. Die Tragödie der Familie Kamili. Kamili. Okay. Okay. Aber das haben wir schon gesehen. Okay. Das ist wirklich nur eine Erinnerung. Alles klar. Da können wir wirklich nur... Re... Recoveren. Nicht? Ah. Und das sind die Amitois. Also das ist wirklich unser Zimmer jetzt. Alles klar. Oh. Erkundung. Ah. Nachttäure-Ebenen haben wir abgeschlossen. Oder was? Sprich mit dem Jäger. Schafverwandlung. Westlichen Pilgerstein. Okay. Was können wir nehmen? Hochwertiger Waffenstein. Rüstungswachstumstein. Zubehörwachstumstein. Ne. Waffen. Klingt gut. Okay. Was fehlt uns hier noch? Suche nach den Spuren des magischen Kreises. Haben wir noch gar nicht geschafft. Und das haben wir abgeschlossen. Windhügelküste. Okay. An der Windhügelküste fehlt uns also noch was. Okay. Warum sind alle Sachen jetzt unerkundet? Okay. Jetzt haben wir im Gastraum. Äh. Gasthaus einen Raum. Alles klar. Okay. Mit dem können wir nicht reden. Okay. Mit ihr können wir nicht reden. Wir verkaufen uns nicht mal Bier. Pff. So eine Schweinerei, nicht wahr? Stadtausrufer. Interessant. Gemischtwarenhändler. 234 für eine Zwiebel. Will er mich veräppeln? So. Aber jetzt müssen wir. Genau. Windküstenhügel war das nicht. Die Nachtheuebenen haben wir komplett fertig. Goldroggenfelder waren anscheinend komplett fertig. Zumindest bei den Erkundungen. Aber hier muss noch irgendwo was sein. Suche nach den Spuren des magischen Kreises. Ach, das Ding. Okay. Persönlicher Pin. Weil das Ding wird ständig nicht angezeigt. Dann hindern, nicht wahr? Und so lange sage ich Prost. 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 Und immerhin drei mag ich Bewertungen heute. Das ist schon viel. Zumindest für das Spiel. Das Seven Days to Die haben wir 27 hinbekommen. So. Hier irgendwo. Ah ja. Da oben ist ein Buch. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Buch gesammelt. Suche nach den Spuren. Ah, da ist der magische Kreis. Unheimlich wirklich magischen Kreise zu erkennen. Äh, okay. Er ist verblasst. Wir sollen verdächtigen Spuren nachgehen. Ah, das sind die verdächtigen Spuren. Nee. Wo führen wir uns die verdächtigen Spuren hin? Doch, hier hin. Aber wo genau hier? Da oben drauf waren wir schon. Da ist nix. Ach so, hier ist ein Kreis. Ja, vielleicht der hier. Okay. Und jetzt mit dem Wächter sprechen. Wo? Das ist immer so ein bisschen... ...auf der Weltkarte prüfen. Direkt bei uns. Ach so. Das ist kein Spieler hier. Ja. Ich hab eh nicht in magischer Kreise gesehen. Ja, wir sehen uns das genauer an. Natürlich. Wir machen wieder alles für dich. Die Straße hoch. Oh oh. Mit einem Katzen-Symbol. Okay, wir sollen tiefer in die Stadt vordringen. Katze. Okay. Wahrscheinlich sollen wir dir folgen. Suche nach frischem Fisch. Ah, da drüben. Ah, der sieht ja aus wie bei Asterix und Obelix. Richtig frisch, nicht wahr? Okay. Okay. Auf der Straße platzieren. Wo? Da. Hinter einer Kiste. Okay. Hinter dieser Kiste. Was? Verzweifelt der Zauberer? Okay. Ein Rattenverwandlungstrank. Welche Kiste? Katze? Okay. Ah, okay. Da ist die Katze. Wir sehen auf jeden Fall scharf aus mit unseren Leuchtenaugen. Ich denke, hier haben doch eh keine Ratten aktuell. Mama. Wir bringen. Wir bringen. Aua. Hier ist niemand. So. Das habt ihr jetzt davon. Okay, da ist der Wächter wieder. Ich kann nicht glauben, dass sie in die Stadt geflogen sind. Wir haben besser unsere Vigilanz. Danke. Okay. Schafe schlafen. Und damit haben wir auch das abgeschlossen. Hochwertiger Waffenwachstumstein. Rüstung. Dann gehen wir hier auf Rüstung jetzt. Oh. Okay. Die machen fettes ZZZ, die Schlafe. Und da haben wir noch ein Buch. Vorsicht vor violetten Monstern. Verwandeln sich in Tiere, leuchten aber violett. Okay. Krass, wie viele kleine Orte es gibt, die ich alle noch nicht erkundet habe. Den Scharstall. Ich bin hier bestimmt schon fünf, sechs Mal rumgelaufen, aber nicht an den Scharstall vorbei. Der Brücke gibt's nix. Okay. Wenn die erste Notiz eines Jägers haben wir auch noch nicht gesammelt. Muss also auch noch irgendwo hier in der Nähe rumliegen. So, dann gucken wir jetzt nochmal alles durch. Inventar haben wir die ganzen Sachen zum Verbessern bekommen. So, Charakterinformationen. Null Punkte. Wir haben neun Titel. Die Katze geschnappt. Okay. Brauchen wir nicht. Mh. Im Kodex. Was fehlt? Ah, das sind die Mini-Aufgaben, die es gibt. Das finde ich zum Beispiel ein gutes System. Da haben wir auch alles gemacht. Ach, die Sammlung. Hier. Da. Okay. Bücher gesammelt. Und damit ist das hier alles auch im Seitenarm erledigt. Und dann beginnen wir mit dem dritten Teil in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis gleich. Bis gleich.